Hallo. Danke fürs Aufwecken. Was? Party! 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 Wir haben ein bisschen länger gebraucht, wir haben auf ein schönes Wetter gewartet und deswegen darf man eigentlich gerne einlohnen. Trotzdem, einfach fein Alpine Dining, gerne ein Fünf-Gänge-Menü und dass wir jetzt einen richtig netten Abend machen gemeinsam. Genau und bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch bei den ganzen Initiatoren bedanken von der Zillertal Challenge, weil das eine richtig lässige Sache ist, dass die Zillertaler zusammenhalten, dass wir gemeinsam in die Zukunft schauen und dass wir Mut fassen, dass wir Energie tanken und für die Zukunft richtig Gas geben. Also danke an euch, danke an die ganzen Zillertaler-Firmen, die da mitmachen. Wir wissen mittlerweile, was das wirklich für Aufwander ist, bei dieser Aktion dabei zu sein. Und wir freuen uns ganz besonders auf die Nächsten, die dann kommen. Drei davon darf ich jetzt nominieren. Das ist zum Ersten das Hotel Christoph Berauer, mein Bruder und das ganze Team. Hau dir ins Zeug und macht einen lässigen Film. Die zweite, das ist die Familie Huber vom Huber's Boutique Hotel. Eine sehr videoaffine und fotogene Gruppe auch. Die sind sicher auch ganz voller Freude und Euphorie, dass sie jetzt endlich mal einen Film tragen können wieder. Und die dritte, das ist die Gärtnerei Kröldemeyerhofen mit Helmut und Team. Macht einen anständigen Film. Helmut, haut euch ins Zeug und zeigt uns, was du draufhabst. Mir gefällt es ganz besonders. Auf diesem Weg möchte man alle Zillertaler-Freunde und natürlich auch Zillertaler-Hof-Freunde sagen, wir sind wieder startklar, wir sind bald wieder für euch da. Wir geben gerade wieder Vollgas. Ein paar Neuigkeiten haben wir, die dürfen noch nicht lüften. Aber seid gespannt, bald geht's los. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Wow, das ist eine Party heute. Oh, jetzt bin ich fertig. Party! Oh, das ist super.